damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde world of tanks blitz ich will hier den panzer 45 ich finde ein richtig richtig cooler premium wir sind hier laut hier gerade auch ein 5er premium wirklich richtig spaß bringt also der bringt alles mit der ist relativ gut gepanzert hat die guten durchschlag hatte gute nachladezeit also erst wirklich so ein gesamtpaket hier noch mal um damit ihr seht hier an die patzer 54 ich habe 45 gesagt 54 wirklich wirklich ein tolles ding macht mega fun ich werde jetzt demnächst mal ein zwei videos bringt von ihnen weil ich den wirklich häufig gespielt habe die aufnahme ist jetzt auch schon wieder eine ganze weile her aber ich arbeite gerade so ein bisschen meine ganzen replays durch und ja wollte euch einfach mal zeigen was diese kleinen panzer können die meisten machen alle ihre 10er videos oder 8er videos ich will auch ganz gerne mal die kleinen premiums weil sie mir einfach wirklich spaß machen und das war eine gute abwechslung zu den großen vk hat irgendwie es nicht gerafft also der hätte sich die bewegen müssen ja und wenn ihr bock hat mal irgendwie mich live zu sehen kommt doch mal bei twitch vorbei da heißt es genauso wie bei youtube 4 4 ich würde mich freuen euch da zu sehen ob ihr follow rein guckt mir zu wir quatschen bisschen die könnte auch super gerne auf mein disco kommen da können wir mal zusammen oder noch zwei leben können wir mal zusammen hier einen schönen schöne aufnahme machen oder wir spielen uns zusammen oder oder wir spielen einfach mal so und ich habe jetzt auch schon ein paar leute zusammen gekratzt die word of tanks bin auf meinem server und ja eigentlich ist immer jemand da und dem man zocken kann wenn ihr auch bock drauf habt würde ich mich freuen wenn ihr einfach mein disco kommt link ist in der video beschreibung oder auf twitch zu finden als panel gar nicht so schwer da unten sehe ich das nashorn das nashorn natürlich erst mal he reinladen soll ja auch veto wenn ich treffe ops hat am ersten bekommen und ja war jetzt hier nicht so die krass unterhaltsam aber einfach mal um den panzer 5 4 zu zeigen echt nettes ding weiß ich super anspruchsvoll aber ihr seht das ding macht auf jeden fall seinen job und das fährt auch ganz gut credit sein das muss man auch dazu sagen also ein bisschen kohle fahren ist jetzt hier 44.000 mit 1400 schaden erste klasse gefahren was wird man mehr für so einen kleinen 5er wenn es euch gefallen hat schaltet gerne wieder ein und wir sehen uns hoffentlich im nächsten part von world of tanks blitz mit mini 4 scheme haut rein ciao